Hey, BWI-Universum da draußen. Auch in dieser Woche heißt es wieder, nicht verzagen, Huckman-Fragen mit einem weiteren Sonderthema. Es lautet, hoho, Roman Reigns, das wird polarisieren, sage ich euch. Vorher aber nochmal kurz erklärt, wie geht denn das? Eine Frage bei Ask the Huckman stellen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel geht ihr vielleicht auf den BWI-Deutschland- YouTube-Kanal, sucht euch das aktuellste Ask the Huckman-Video, postet eure Frage drunter, verwendet den Hashtag Ask the Huckman. Gleiches könnt ihr natürlich auch auf facebook.com slash www.easybastianhackl machen. Einfach das Video suchen, Frage drunter posten, Hashtag Ask the Huckman nicht vergessen und schon könnt ihr dabei sein. Wie zum Beispiel in dieser Woche David Jahr. Er hat gefragt, kannst du die Buh-Rufe gegen Roman Reigns verstehen? Begründe deine Antwort. Falls nein, wieso glaubst du, ist es so? Also das ist ja eine tiefgehende Frage hier von David Jahr. Naja, ich habe mir mal zwei Gründe überlegt. Ich glaube, ein offensichtlicher Grund könnte sein Neid. Der Typ ist über 1,90 groß, der ist 120 Kilo schwer, coole Tattoos, cooles Aussehen, stechende blaue Augen, hat ein super charismatisches Gesicht, lange Haare, toller Athlet, früher Football-Profi. Mann, das ist ein Superman. Wer will denn Superman sein, wenn man Roman Reigns sein kann? Und der hat natürlich auch viele Neider. So ein Mann ist perfekt, das ist ein Posterboy. Viele mögen sowas nicht und auf der anderen Seite ein zweiter Grund, den ich mir überlegt habe, wieso es so sein könnte. Roman Reigns hat sehr schnell sehr viel erreicht. Viele mögen diese Außenseiter, diese Underdog-Story haben, wie bei einem Daniel Bryan. Der ist klein, der ist zu leicht, der sieht nicht unbedingt aus wie ein Superstar. Der braucht über zehn Jahre, bis er den großen Titel gewinnen kann. Und Roman Reigns schafft das alles in ein, zwei Jahren. Stellt Royal Rumble-Rekorde auf, gewinnt das Royal Rumble-Match, zweimal im Main Event von WrestleMania, dreifacher Champion, sieht dabei auch noch super aus. Ich glaube, das ist einfach eine Geschmacksfrage. Ich finde ihn super, ich mag den Kerl, aber manche wünschen sich ihm den Außenseiter und Geschmäcker sind eben verschieden. Claudio Andes. Hallo Hackmann, wie stehst du zu der ganzen Roman Reigns-Geschichte? Also kannst du die Buchrufe nachvollziehen oder weniger? Ja, wie gesagt, ich kann sie weniger nachvollziehen, aber wer bin ich? Ich bin nur ein Einzelner. Ich habe halt auch meine Meinung, was wichtig ist und was wir hier festhalten sollten. Hier in unserem Land, in unserem Kulturkreis, da gilt die freie Meinungsäußerung. Wer eine Meinung hat, der darf die auch äußern, solange kein Verletzter bei. Also das ist bei diesem Video hier bei Arthur Hackmann dasselbe. Wenn mich einer doof findet, dann drückt er eben den Daumen runter. Dann ist das so. Deswegen fliegt mein Kind nicht aus dem Kindergarten. Deswegen wird meine Frau nicht krank und ich verliere auch meinen Job nicht. Deswegen. Es ist eine Meinung, die wurde normal geäußert. Keiner wurde beleidigt. Und so ist das auch okay. Und wenn jemand Boo oder Yay schreien will bei Roman Reigns, dann wird niemand dadurch verletzt. Dann äußert man seine Meinung, weil ihm das gefällt oder ihm nicht gefällt. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ich finde das total in Ordnung. Michael Engelhardt. Hackmann, ich bin kein Fan von Roman Reigns, aber wie würdest du das Match zwischen Roman Reigns und meinem Lieblings-Superstar Seth Rollins um den World Heavyweight Champion Titel finden? Michael, nichts dagegen. Beide hatten eine herausragende Chemie zusammen als Tag Team Champions. Wenn die im Ring waren, das war immer magisch, das war immer besonders. Wieso nicht gegeneinander? Also für mich ein absolutes Traum-Match. Ich gebe dir recht. Taubes Nüsschen. Glaubst du an ein Comeback von The Shield? Mein liebes Nüsschen, der Shield und ein Comeback, das ist nicht unbedingt wahrscheinlich momentan aus der Gegenwart betrachtet. Aber in diesem Business habe ich eins gelernt. Never say never. Sag niemals, nie. Alles kann passieren. Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Eva Bertels. Denkst du, dass Reigns in den nächsten Jahren auch im Main Event stehen wird? Ja. Einfach nur ja. Muss ich das begründen? Ich glaube, dasselbe Blut wie bei The Rock fließt durch die Adern von Roman Reigns und da ist Main Event drin, eingraviert in dieser DNS. Also das muss einfach so kommen. Jan Garwin. Magst du Roman Reigns? Wenn ja, warum? Denkst du, dass er irgendwann eine Legende wird? PS, du bist der Beste. Ah, das liest man doch gerne. Danke, Jan. Dann. Ja, ich mag Roman Reigns. Ich habe es jetzt schon begründet. Ich finde, er sieht aus wie ein Superstar, verhält sich wie ein Superstar und ist ein super Repräsentant für WWE. Und ich glaube auch, dass er eine Legende werden kann. Er ist auf dem besten Weg dahin. Stellt Rekorde auf Gewinntitel. Also der kann eine Legende werden. Für mich wird er auf jeden Fall eine Legende. Das ist meine persönliche Meinung. Gitzer 1893. Was für ein Gefühl war es, Roman Reigns gegen Triple H bei WrestleMania 32 zu kommentieren? Also das ist eine sehr coole Frage, denn die ist für mich auch ein bisschen emotional. Für mich ist das mein persönlicher WrestleMania-Moment. Das Hauptmatch von WrestleMania ist das wichtigste Match in diesem Business. Das absolut wichtigste Match. Ich saß am Kommentatorenpult, durfte es ringside kommentieren. Mega wichtig. Und nicht nur das. Roman Reigns flog übers Pult, erwischte mich, mähte mich um. Ich war mittendrin statt nur dabei, ganz plötzlich. Und dieser Moment, der wird ewig leben. Auf Blu-Ray, auf DVD, auf dem Network. Deswegen für mich das wichtigste Match, das ich jemals kommentieren durfte. Mega emotional für mich. Ich fühle mich da richtig verbunden zu diesem Match. Das wichtigste Match für mich persönlich aller Zeiten. Ja, was haben wir noch? Eine T-Shirt-Geschichte aufgrund der vergangenen Woche. Da haben wir ja von den Legenden gesprochen und Brad the Hitman Hart ist ein bisschen zu kurz gekommen. Also das war mein absoluter Kindheitsheld. Hat immer ganz persönlich für mich positive Werte verkörpert. Der war ein absolutes Kindheitsvorbild für mich. Deswegen heute das Brad the Hitman Hart-Shirt. Weil er ein bisschen zu kurz gekommen ist in der vergangenen Woche. Und nächste Woche, apropos Legenden, da reden wir über Stone Cold Steve Austin. Und da war ich natürlich wieder ein bisschen einkaufen. Schaut mal her, was ich mir geholt habe. Von Mattel, Stone Cold Steve Austin, die Defining Moments-Figur mit den drei Champion-Gürteln. Kann ich nur empfehlen. Steht ab jetzt in der Hack-Mansion-Vitrine, wo die WWE-Figuren immer gut aufgehoben sind. Gut, was haben wir noch zu sagen? Ich glaube, das war's für diese Woche. Wir hatten ein T-Shirt, wir hatten eine Figur, wir hatten Roman Reigns. Ich hoffe, meine Meinung ist ein bisschen rübergekommen. Ich mag den Kerl einfach. Ich finde, das ist ein super Repräsentant. In Interviews war er immer mega professionell zu mir. Roman Reigns redet gut, artikuliert sich mega fein. Immer gut angezogen, immer gut drauf. Einfach ein Champion, wie man sich den vorstellt. Das ist meine Meinung. Wenn es jemand anders sieht, wie gesagt, dann ist es eben so. Ich bin ein Fan des Big Dog und sage so long, Hackman out.